Willkommen in Berlin, ich bin der Jens, der Philipp Haller. Ja, das ist das Schloss Charlottenburg, gebaut als Sommerresidenz für Königin Sophie Charlotte. Anlässlich dieser Siegel wurde diese Siegelsäule gebaut. Das zeigt die Verbrüderung der deutschen Völker. Am 9. November 1989, der Fall der Berliner Mauer. Sie müssen sich vorstellen, es waren immer 100 Meter, dann kam Wachdum. 100 Meter kam Wachdum. Und der Morgen beginnt, die Mauer ist da. Und so war es tatsächlich. Denn es war über Nacht, im Prinzip um 5, 6 Uhr, und die Bauarbeiter der Stadt Berlin, Ostberlin, auf die Straße gegangen, haben die Wohnaufbau. Die Leute gingen schabend und sagten, was machen die hier? Oh! 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 Geil dir in комнаas. Komm, lass Ape, komm! Warte, dein ist eh gepasst! Ich habe nicht. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017